missi im krankenhaus ist nichts ernstes aber unsere bremsen machen ein bisschen geräusche und da wir mit hänger fahren und da der jub drauf ist und ein bisschen gewicht auf der straße ist haben uns dann entschieden mit ihr mal herzufahren und alles checken zu lassen und bisher sieht vorne gut aus vielleicht ist sie dort hinten wir werden sehen aber wir denken mal lieber safety first praktisch auch die müssen hier nicht groß mit wagenheber ran das machen wir selber machen wir die stützen runter und schon kann man die reifen abnehmen praktisch so jetzt haben wir hier so einen pawnshop und jetzt sind wir hier in rapid city south dakota in einer antike mall die haben auch schöne sachen ganz viele schöne sachen und die hammersache schlechthin ist das hier das ist doch der hammer oder zwei wimpel vom fc köln so ich dachte ja schon die beiden wimpel vom fc köln würden das nicht mehr schlagen können gar nichts mehr schlagen können hier in dem laden aber hier flying merkel noch irgendwelche fragen so nachtischlampe gefunden hier die ist super schick die kostet 125 dollar und wenn wir platz dafür hätten die ist so cool die anderen die kosten 160 und die sind auch super geil aus einem wurzelholz ne wahnsinn wirklich gut und die hier ist ja hier ne seht ihr ja das ist mal eine nachtischlampe oder der wahnsinn ja auch tolle bilder hier und ganz tolle sachen ja habe ich eben schon gefilmt das ist der wahnsinn alles ne das für die ganzen cowboy fans western fans der ist aber oder der hier guck mal der ist dich sehr cool sehr cool und das ist alles gusseis und das ist richtig schweres material super also der laden hier alter der laden ist der hammer wirklich ja hätte man so ein haus man könnte sich gar nicht mehr man würde gar nicht mehr aufhören aber das war der hammer hier rapid city rapid city ist total cool hier mit cigarbar innenstadt ist echt sehr sehr geil wir waren hier bei einem antikladen der war super super cool wir waren in diesem porn shop mit museum super super schön echt also rapid city ist cool cool